Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Let's Play von Alundra. Wir haben es endlich geschafft. Wir besitzen die Fähigkeit, alles anzuzünden, was uns im Weg steht und alles andere auf. Und schaut euch das an. Drei Schüsse. Schüsse kann man es fast nicht nennen, aber ihr wisst, was ich meine. Und der Ork ist tot auf die Entfernung. Das ist doch voll geil. So, wofür ist diese Säule? Die hat keinen Nutzen, richtig? Ja, scheint zumindest so. Hier oben links geht es nicht weiter, aber hier oben geht es weiter. Da können wir den Busch wegbrennen. Wir dürfen uns hier umsehen und wir sind endlich an dieser Truhe, die ich die ganze Zeit schon versucht habe zu finden. Das Wasserbuch? Nicht durch einen Boss, sondern einfach durch eine Truhe? Oh mein Gott, die Open World zu erkunden lohnt sich vielleicht doch mehr als ich dachte. Wasserbuch, Stufe 2 Wasserzauberkraft, Wasserschild und auffüllende Lebenskraft. Das ist super. Und wie gesagt, uns fehlen immer noch zwei Waffen, uns fehlt noch ein bisschen Equipment, mit dem wir wahrscheinlich die Welt weiter erkunden können. Weil ich immer noch nicht glaube, dass man jetzt schon alles finden kann. Ich glaube einfach, da fehlt noch irgendwas. Ich weiß, das ist natürlich nicht zu 100%, aber ich gehe mal davon aus. Ähm, ja. Und wenn ich mir jetzt natürlich gemerkt hätte, wo was ist, dann würden wir bestimmt auch besser irgendwo vorankommen. Ich würde jetzt nochmal nach links, weil da waren ja noch einige Truhen. Ich muss mal kopfkratzen. So. Mit den Dingern muss man auch irgendwann was machen können. Ich meine, ich weiß was und wann. Also wann nicht, aber ich weiß, was man damit macht. Hm. Hm. Schauen wir mal. Ähm. So. Hier waren die ganzen Steine. Und jetzt kann ich Sachen wegbrennen. Wenn ich mir jetzt natürlich gemerkt hätte, wo es was zum Wegbrennen gab, ne. Meine Güte. Hm. Ich glaube hier links kann man rüber. Genau, weil hier war der Feuerpalast. Meine Stimme schwächert ein wenig. Ich bin gerade erst aufgestanden. Und hier oben ist ein Stein, den man wegtragen kann. Da waren wir, glaube ich, schon mal. Und mein Geld. Irgendwie hat das mit dem Stein hochheben auch noch nicht wirklich so viel Sinn gemacht, weil wirklich gebraucht haben wir es jetzt noch nicht. Also questtechnisch. Heißt das, das ist eventuell ein optionales Item? Gibt es sowas hier? Wäre schon irgendwie cool. Okay, hier ist wieder so ein Ding. Hier ist Wasser. Und das Wasser kann ich rein. Und dann kann ich hier noch oben. Was auch immer mir das noch holt bringt. Genau, da drüben ist die Truhe, an die wir nicht rankommen. Hier oben. Muss ich mal noch... Ach ja, stimmt. Natürlich. Wie konnte ich vergessen? Da waren wir ja gestern schon mal. Also, für mich gestern, für euch gestern oder vorgestern. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich geschnitten habe. Und ich merke gerade, mein Fenster ist noch offen. Naja, da muss ich das eben nach der Folge beheben. Falls ihr jetzt irgendwie irgendwelche Busgeräusche oder so hört, dann müsst ihr damit eben leben. Verzeihung. So. Ähm. Da drüben will ich eigentlich an Land, aber ich will eigentlich auch an diese Kiste da drüben. Wie komme ich denn an die Kiste da drüben ran? Weil da gibt es ja keinen richtigen Weg hin. Ähm. Wo war die? Die ist jetzt hier rechts unten, richtig? Ne, die ist rechts oben. Dann muss man da irgendwie durch den Busch durch. Ja, und da müsste dann ein Eingang sein. Durch die Wälder. Hm. Vielleicht sollte ich da nochmal gucken. Hm. Schwierig zu sagen. Wahrscheinlich ist da auch wieder nur Müll drin. Aber manchmal kriegt man ja auch was Gutes. Es gibt ja auch manchmal was Gutes. Und ich weiß nicht, ob ich es gut finde oder schlecht finde, dass die Kisten nicht irgendwie farbig markiert sind. Sodass man weiß, was drin ist. Oder ungefähr weiß, was drin ist. Ich glaube, ich finde es gut, weil du dir dann nämlich Gedanken machen musst, wie du an die Sache rankommst. Egal. Was es für eine Kiste ist. Weil es könnte ja jederzeit was super Gutes sein. Bäh. Hast mich in Ruhe. Äh. Nö. Ja. Okay. Irgendein Patch ist raus für irgendwas. Für meinen PC. Das ist so. Wird jetzt natürlich nicht gepatcht. So. Hier unten. Hier ging es in den Feuerpalast, ne? Ist doch so, oder? Ja. Ja, ja. Hier geht es nicht lang. Nicht mehr. Für uns zumindest. Okay. Also wir müssen sowieso nach dem Nordwesten. Das heißt, es ist gar nicht so schlecht, dass ich jetzt hier nach Norden gehe. Weil im Westen sind wir schon. Oh, das trifft Bäume mehrmals. Das ist ja cool. Komm. Ach, warte, rüber. Bringt uns ja eh nix. Habe ich ja letztes Mal schon erklärt. Schöne Ding, aber brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen kein Geld. Wie geht es denn hier hoch? Ah! Das coole am Feuerstab ist ja bei den Orks, dass der immer trifft, egal ob die Glocken oder nicht. Jetzt stimmt. So, hier war die Treppe, da war ein Eingang. Hier sind Stufen. War hier der Eingang drin? Ja, ne? Das stimmt. Ich kann mich nicht vorstellen, dass ich da nicht drin war. Ähm. Das Problem ist, dass mein Gedächtnis nicht so schlecht ist, weil ich immer so viel durcheinander spiele. Ich spiele ja nicht nur die Let's Plays, ich spiele ja auch privat. Ach, ja, genau. Da links war ein Mimic. Ich erinnere mich. Das hat mich erschreckt. Und dann kamen wir hier nicht weiter, genau. Bei dem Brunnen von dem Schmied, von dem geheimen Schmied. Oh mein Gott. Diesmal habe ich mich nicht erschreckt. Ich habe mich nur geärgert. Da war auch noch was drin. Lass mich raten. Ja. Das ist eine Sauerei. Oh, das ist praktisch. Aus sicherer Entfernung können wir die Dinger jetzt umbringen. Lass mich raten, du bist auch einer? Nein. Scheiße, aber nicht. Außer der kriegt noch kein Damage. Ich hoffe, ich komme dann wieder hoch. Och, Menö. Gebt mir doch mal meine Beude. Oh, Blut. Oh, ein Vogel. Und neue Urnen stehen da unten. Ist das auch nur ein Mix? Wow. Urnen sind ja stark. Ey, was ist das? Ein Lebensdiamant. Das hat sich ja jetzt schon gelohnt. Leute, es macht so Spaß zu erkunden. Wir werden immer stärker. Und vielleicht schaffe ich dann die Bosse ohne zu sterben. Wobei, wir sind ja noch gar nicht gewiped, oder? Sind wir schon mal gestorben? Aber wir sind noch gar nicht gestorben, ne? Uh. Magisches Elixier. Aber das haben wir schon. Und wir spielen ja jetzt doch schon ein Stück dieses Spiel. Und trotzdem wird es A, nicht langweilig. Und B, cool. Und B, haben wir immer noch nur einen Mana-Kristall. Das macht mich ein wenig traurig. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hätte gerne mehr Mana-Kristalle. Weil die Zauber sind richtig cool. Aber ich kann sie ja nicht benutzen, weil... Hm. Puh. Weil wir einfach das Mana dafür nicht haben. Moment. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, ob da unten jetzt noch was war. Bis auf das Ding? Nee. Ich weiß auch nicht, was das da sein soll. Hm. Vielleicht einfach nur tatsächlich... Einfach irgendwelche Deko. Ich glaube, das hat keine weitere Bedeutung. Ich glaube, das ist einfach nur Deko. Eventuell sind das ja Hinterlassenschaften von den alten Göttern. Hinterlassenschaften klingt übrigens auch echt ungünstig. Vielleicht hätte ich nicht das Wort wählen sollen. Naja. So, lass mich raten. Du bist ein Mimic. Hurra. Das ist ja überraschend. Komm her. Na, komm. Die sind fast so schlimm wie die aus Dark Souls. Na. Na, komm. Ah. Haha. Du kannst mir nichts. 60 Gulden. Köstlich. Köstlich, köstlich. Okay, ansonsten war hier nichts weiter. Das ist aber okay für mich, weil schließlich haben wir mehr Lebensjahrmann bekommen. Mehr brauche ich ehrlich gesagt nicht. Und der Weg, hier rauszukommen, ist irgendwie auch witzig. Ist irgendwie auch witzig. Äh. Ist auch witzig. Cool. Hap. Und. Äh. Cool. Cooler kleiner Dungeon. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Alles klärchen. Jetzt müssen wir versuchen, da irgendwie hochzukommen trotzdem. Ich glaube, das geht am besten über die Säulen. Falls überhaupt. Ja. 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 Okay. Okay, der ist neu. Also nicht neu, den hatten wir ja schon mal, weil wir waren ja schon mal hier. Aber. Was ist hiermit? Warum habe ich das nicht mitgenommen? War da. Ach, schau. Gut, dass ich das damals nicht mitgenommen habe. Aber jetzt können wir es trotzdem nochmal gebrauchen. Schön. Schön, schön. So, da. Habe ich verkackt, glaube ich, rüberzuspringen, oder? Oh Gott. Soundefekt. Ähm. Ha! Aber da habe ich hier verkackt. Ich weiß nicht mehr. So. Ah. Und jetzt kommen wir zu den drei Truhen. In denen wahrscheinlich nichts Ordentliches drin ist. Wahrscheinlich ist es in der Mitte ein Vogel. Ah, mein Gott. Die Hitbox ist jetzt auch raus. Nein. Nein. Ein Extrakt. Ein Stärkungselixier. Hm. Äh. Wie komme ich jetzt raus? Äh. Wie komme ich jetzt hier raus? Äh. Äh. Ich komme hier nicht raus. Ah. Das ist Stufen. Okay. Gott sei Dank. Huh. Gott sei Dank. Ich dachte schon. Hier waren wir aber noch nicht. Und das führt uns quasi nach Norden. Das heißt, wir sind jetzt... Wir sind sogar exakt den richtigen Weg gegangen. Weil das scheint das Murktor zu sein, für das wir die Schlüssel bekommen haben. Jo. Genau so mache ich meine Tür zu Hause auch immer auf. Ich stecke den Schlüssel rein und dann platzt alles. Natürlich gehen wir... Ein Pilz. Okay. So soll es sein. Nicht so schlimm wie die Pilze Dark Souls. So, die Trüge komme ich wahrscheinlich jetzt noch gar nicht ran, oder? Oh. Ich habe mich gehört. Da hinten ist noch eine Höhle da links. Ich denke, die Höhle rankommt, weiß ich auch noch nicht. Äh. Wir werden es mal rausfinden müssen. Wie schrecklich. So, hier komme ich aber nicht lang. Außer ich komme hier unten lang. Nein. Noch mal ganz langsam alles ablaufen. Nein. Okay. Dann muss ich da wahrscheinlich von der Höhle aus hinkommen. Hier ist eine Klippe, da komme ich nicht drauf. Könnte auch einfach eine Wand sein, aber ich glaube, es ist eine Klippe. Okay. Nach rechts kommen wir nicht. Da sind Steine für im Weg. Die kriegt man wahrscheinlich jetzt weg, wenn man das Ding da anschiebt. Da oben. Äh. Wenn ich da reinkommen würde, kann ich das mit dem Winden treffen? Nein. Mit dem Morgenstern kann ich jetzt damit nichts bewirken. Vielleicht später. Da ist nochmal Feuer gefragt. Befeucht da reingehen, will ich aber erstmal gucken. Ja. Ist du rückunbeharrter? Die straße Ungehorsam ist der Tod. Vielleicht ist ein neuer. Du unverschämter Unbeharrter. Nach dich. Mach dich bereit für den Tod. In dieser Wabbermasse. Die Nido, dann werfe dich da vollstreckern, du Beharrter. Oh nein. Du bist schnell. Ja, aber du wirst dem Stall des Todes trotzdem entkommen. Ja. Ja, nun. Du bist tatsächlich näher gekommen, du Beharrter. Belässt uns keine Wahl. Rückzug, zurück, lauft! Okay, Comic-Affen. Oh nein. Comic-Relief. Okay, das heißt, hier ist der Hauptweg. Das heißt, wir gehen nach links. Oh mein Gott. Wie konnte ich mich von einem nichtbewegtbaren Objekt treffen lassen, obwohl ich mich auch nicht bewegt habe? Hm. Okay. Schalter? Ein Schalter-Rätsel? Fragezeichen? Affen. Okay. Wukiki. Sie sind in der Falle. Die unbehaken können. Merkwürdig, die Schalter nicht widerstehen. Das habt ihr jetzt davon. Oh nein. Pilze. Ist mein Schwer. Hi. Oh. Oh mein Gott. Die machen auch schon wieder so viel Schaden. Und wir sind auch ziemlich spät im Game. Oder ziemlich weit im Game drin. Das würde ich jetzt zumindest behaupten. Was für eine Todesfalle. Wie soll ich ihr nur entkommen? Ähm. Wieso komme ich da nicht hin? Das ist wahrscheinlich von der anderen Seite. Bom, 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 bom. Ich finde das so geil, dass das so Comic-Relief-Affen sind, die einfach nur dafür da sind, um das Spiel ein bisschen lockerer zu machen. Aber trotzdem sind es Killeraffen. Ich bin nicht gesprungen. Ich bin auch ein Killeraffe. Ahem. So. Dann gehen wir jetzt aber da trotzdem noch. Mal hoch. Ich will diese Kiste haben. Geht doch. Bestimmt nichts Gutes. Ein Heilkraut, ja. Na, ist okay. Kann ich mit leben. Ist nicht so schlecht. Schätze ich. Viel wichtiger ist die Frage, wie komme ich an die andere Kiste links unten? Ich dachte, das wäre die Höhle, die die zwei Höhlen jetzt miteinander verbindet, aber scheinbar nicht. Hm. Naja, früher oder später werden wir es schon finden. Und wenn nicht, auch nicht so schlimm. So viele Höhlen. Ähm. Hm. Schwierig zu sagen. Ich gehe... Das war, das war, das war absolut dämlich. Das war der komplett falsche Weg. Falscher hätte es gar nicht sein können. So. Jetzt hier hin und da rein. Das scheint mir nämlich der optionale Weg zu sein, der nicht zum Ziel führt. Hm. 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 Jetzt werden wir es gleich rausfinden. Einschalter. Der wird wohl irgendwas bewirken. Wahrscheinlich auf Zeit. Oh, wir müssen schnell, schnell. Äh. Wow. Warum die Bomben immer wieder? Das gibt es ja nicht. Da haben wir seit 10 Stunden oder so nicht mehr benutzt. Mist. Wukiki, er ist bisher gekommen. Hol die anderen. Ich tue, was du befiehlst. Hopp, hopp, hopp. Oh, die ganze Gang. Wir werden es genießen, wenn die unbehaltenen sich vor uns fürchten. Die ganze Affenbande. Oh mein Gott. Wir haben homing Pfeile. Wow. Man macht es viel Schaden. Vor allem, wenn ich reinlaufe. Das kann ich doch bestimmt verschieben. Das kann ich nicht verschieben. Kann ich sie in die Luft jagen. Nein. Ach so, ich muss es von links verschieben. Oder so ähnlich. Da ist eine Höhle, da kann ich durch. Ähm. Eventuell ist das doch der richtige Weg. Ach, ich muss beide Wege in bleiben. Aha. Weil jetzt muss ich wieder raus und in die andere Höhle rein. Und dann kann ich über den, au, über den Pfad drüber. Den ich gerade geschaffen habe. So scheint das zumindest. Jetzt muss ich aber wieder raufspringen, oder? Jetzt muss ich außen rum. Ja. Na gut. So viel Zeit. Muss sein. Ich kann mir wieder was zum Heilen gebrauchen. Ich habe schon wieder so viel Schaden bekommen. Weil ich immer in die Stacheln einfach reinfalle. Wie so ein... Wie so ein Kleinkind. Oh, er hat sich nicht getraut, Kleinkind zu sagen. Was höre ich da eigentlich, was ich schreite? Ach, das ist mein Rechner, der so schreit. Hä? Jetzt bin ich hier. Das ist eine unerwartete Wendung. Ah. Ah. Ach so. Okay. Oh, mein armer Rechner, der schreit aber richtig doll. Huh. Hoffentlich hat man das nicht in der Aufnahme. Das war ja schlecht. Ich glaube nicht, dass er uns hört. So. Äh. Hm. Ein hervorragender Athlet ist hier am Werk. Ein Athlet sondersgleichen. Noch nie eine so schöne Darbietung gesehen. Hurra, wir haben es geschafft. Jetzt muss ich nur noch den Schalter noch mal aktivieren, raufrennen, ohne Schaden zu bekommen. Und dann können wir weitergehen. Das größte Problem dabei ist, keinen Schaden zu kriegen. Wir haben echt nicht mehr so viel HP. Ich glaube, zwei Stachel bringen uns einfach um. Wobei wir haben 15 HP. Hälfte unseres Lebens. Das ist schon okay. So, gehen Sie bitte aus. Ah, das war ja gemein. Oh, die Gier. Das ist das Ding wieder oben. Oh, ja, das ist ja geil. Das kann doch nicht wahrzunschwein. Und rennen, 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 rennen. Okay, der Soundeffekt loopt gerade. Das ist ein bisschen unhünstig. Und das ist auch ein schöner Soundeffekt. Ich schluck mal. Ich schluck mal ein Kraut. Oh, das war auch getimed. War ich da nicht oben drin? Oh mein Gott, war ich da oben drin? Ich weiß es nicht. Oh nein. War ich da oben drin? Ich schluck mal ein bisschen weg. Oh mein Gott, das ist logischerweise der richtige Weg. Wobei es ist nicht logisch. Es könnte alles sein. Kacki, wir gehen hier lang. Ah, wenn ich es schaffe, da durchzugehen. So, Pilze. Ich halte drei aus. Zwei, drei. Die sind jetzt nicht so schlimm, finde ich. Die kann eigentlich ganz gut wegschlagen. Sniped, gut. Ah, was waren die mit dem Pilz? Wukiki, das schmeckt wunderbar. Ja, das ist wirklich gut. Die Pilze geben uns Kraft und verteidigen unsere Sorgen. Das sind Drogenöffen. Wukiki. Ein Unbeharrter. Er will unsere heiligen Pilze stehen, so wie es ein Reiner aus dem Sumpf tat. Der Reiner aus dem Sumpf. Oh mein Gott. Ich dachte, ich kann euch one-shotten. Das ist jetzt stärker als eure andere Gattung. Bleibt doch mal stehen. Wann bängeln. Einen Pilz kann ich nicht umbringen. Nein. Kann ich nicht. Gut. Äh, also nicht gut, aber so soll es sein. Sind jetzt wirklich noch zwei Wege? Hier ist ein Hebel. Hier ist ein Affen. Mein Gott, der Dungeon ist gigantisch. Na gut, bevor ich hier jetzt weitergehe, sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bisher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist von Alundra. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, dann klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago. Ich sage noch einmal, vielen Dank fürs Zusehen. Dann vergesst nicht euren Wuffel zu füttern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.